Wir befinden uns hier am Headquarter der AXPO in Baden, auf dem Gebäude N, das ein Bürogebäude ist. Wir installieren hier eine Solaranlage mit einer Gesamtleistung von 96 kW-Peak. Das entspricht 300 Modulen an jeweils 320 Watt-Peak, wobei 1 m auf 1,70 m Fläche hat. Für die Installation dieser rund 300 Modulen hatten wir fünf Wochen Arbeitszeit mit jeweils vier Mitarbeitenden. Es waren noch weitere Mitarbeiter involviert, vom Gerüstbauer bis zum Dachdecker. Man hat das Ganze gerade kombiniert mit einer Dachkontrolle und hat die extensive Begrünung abgesaugt und jetzt neu Kies aufgeblaset. Der Solarstrom, der hier vom Gebäude N nachhaltiger erzeugt wird, deckt rund 10 bis 20 Prozent vom gesamten Stromverbrauch vom Gebäude N ab. Das Corona-Virus hat uns noch direkt betroffen im Zusammenhang mit dem Material. Und zwar kommen diverse Komponenten von China. Wir mussten dementsprechend dort schauen, dass wir das zeitgerecht installieren und auch bekommen. Und wir können das jetzt, Stand heute, garantieren, dass wir bis Ende Juni 2020 die Photovoltaikanlacht hier im Baden in Betrin eröffnen. Untertitelung des ZDF, 2020